Ok, irgendwie krieg ich die nicht gesetzt. Keine Ahnung warum, aber ist auch egal. Hallo. Aha. So. Ja, sehr gut. Gut. Erfolgreich zurückgekommen, lebend vor allen Dingen. Zeigt die Position von Feinden. Okay. So, Silber jetzt haben wir wieder jede Menge gefunden. Dann würde ich sagen, verbraten wir das mal gerade. So, wieder ein bisschen Silber jetzt gefunden. Perfekt. Kann dahin. Gut, 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 gut. Gut, alles klar. So, dann geht's weiter. Wir bauen nämlich den Schacht jetzt mal weiter nach unten. Wir haben lange nicht mehr daran gearbeitet. Machen wir dann mal wieder ein bisschen weiter. Wir haben so einen Schacht hier. Wir graben den schön nach unten. Ich hab ja, glaube ich, hab ich Steine mitgenommen? Ne, hab ich jetzt nicht. Ja, ich sammle wieder neue Steine. Kein Problem. Hierfür wird's reichen. So, dann. Hier runter. Was ist denn da? Ach, das ist alles Tinohr. Okay. 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 Dann bauen wir hier an der Seite mal eben zu wieder. Denn mein Schacht ist ja wirklich nur das Ding in hier, damit ja auch wirklich nichts reinkommen kann. So, zack, wieder runter. Und schön gerade wieder runter. So, gerade eben noch hier eine Fackel setzen. Noch hier wieder fix zumachen. So, und dann schön gerade, nachdem wir hier das Silber mitgenommen haben. Habt nach unten. Ich glaube, ich finde, ich wirklich viel Silber, muss ich zugeben. Das liegt auch daran, dass ich mittlerweile wirklich mein Augenmerk darauf gelegt habe, auf Silber. Als der Mining Porsche wäre natürlich nicht schlecht gewesen, aber egal, gut. Das ist nicht so tragisch. Warte mal gerade ganz kurz. Ich möchte mal gerne... Hm, Slimes heißt Fallen von der Sky. Das ist, äh... Eigentlich nicht schlecht. Pass mal auf. Das nutzen wir manchmal geradeaus. Dann bin ich mal ein bisschen Slime... Sammeln kann ja, das ist zwar Silber. Äh, das war, äh, Eisenmeisterlachs. Ich vergesse das jedes Mal. Denn es ist nämlich ganz gut, dass jetzt hier die Slimes runterfallen. Weil dann können wir nicht mal eben so ein bisschen was an Schleimzeug farmen. Weil den... Das ist ja ein bisschen rar hier gesehen, das Ganze. Ich finde jetzt nur nicht, dass mich am Ende hier ein Dingens erwartet. Dass mich hier am Ende der Schleimboss irgendwann erwartet. Weil ich weiß gar nicht, wann genau der kam, der Slime-Boss. Aua. 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 Es sind zu viele! Es sind wirklich zu viele. Ohne Scheiß. Es sind echt zu viele. Aua. Aua. Mich aber auch jedes Mal wieder treffen die Drecksäcke, ne? Aua. 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 Autschi. Autschi. Ah, cool. Ich hab gerade die Dingens... äh, von den Dingens gesoffen. Von den großen Tränken. Das ist natürlich gut. Sehr gut. Sehr gut, dass die dann auch als Halttränker angesehen werden. Und wisst ihr auch, was das Schönste an... an, äh... an Dingens, an Terraria ist? Keine Haltbarkeit. Keine Haltbarkeit. Das ist echt das eines der schönsten Features in dem Spiel. Mal ganz ehrlich. Weil dieses Haltbarkeitszeug in Minecraft, das nervt irgendwie. Auf Dauer. Ich dauerhaft drauf achten muss. Oh, mein Spitzer geht gleich kaputt. War nicht, wie lang die Dinger immer halten, ey. Die halten nur zwei Blöcke. Und dann sind die kaputt, weißt du? Zum Kotzen. Das sind dämmlich kleine Mist-Slimes, ne? Ah, Mann. Stubb doch, ey. Alter. Hauen die mir aufs Maul. Nein, Slime-Kampf hier gewinne ich. Ich glaube dran, dass ich das gewinnen werde. Zack, einfach hier den Haltrank. Und dann geht das. Kein Problem. Wie viele das sind mittlerweile. Das ist der Shit. Ja. 50 blaue Schleims habe ich gefällt mittlerweile. Mittlerweile 5 Gold eingesammelt. Ey, ohne Flachs. Das ist der Shit hier. Okay. Jetzt ist langsam genug. Ah, fuck. Okay. Äh, ich muss mal gerade ganz kurz... Wenn ich jetzt nicht wirklich ganz verrecke, weil das wäre jetzt echt peinlich, wenn ich jetzt hier sterbe. Mal gerade ganz kurz zurückziehen und mal eben den Anspruch unserer Heilerin in Kauf nehme. Hier, danke. Schön. So kann man denn... Ja, aber hier sind noch zwei Zimmer frei. Das heißt, ich habe noch Platz für ein paar NPCs. Das ist gut. Warte mal, wo ist eigentlich meine... Ich denke jetzt hier meine Sparbüchse. Mal eben Zeug reinschmeißen. Weißt du was? Pass mal auf. Geale Idee. Ah, stopp. Ich habe ja kein Geld gerade dabei. Perfekt. Habe ich immer gerade ein paar Granaten. Kloppt die Viecher mit Granaten jetzt gleich weg. Oh, so es reicht. Koppelt die Viecher mit Granaten mal eben weg. Achtung. Oh, oh, oh. Aua. Habe ich mich verklickt? Ach, das geht gar nicht auf. Weil ich hier Dingens habe. Aha. Dankeschön. Sehr gut, oder? Hat gut geklappt, oder? Ein Ding, eine Granatenschirmansalte tot. Heilung. Sehr gut. Ja, ist doch sehr gut. Haben wir 122 Glibber. Habe sogar mein, mein erstes, äh, meine erste Trophäe hier gekriegt. Perfekt. So. Ja, oder wir können auch bald mal anfangen, das Haus mal wieder zu vergrößern. Wäre mal wieder Zeit, würde ich sagen. Und eigentlich wäre es doch dann Zeit, mal das Haus mal richtig zu bauen. Mal zumindest mal so anfangen, so ein bisschen. Verbrauche ich aber Stein. Wollen wir den Stein? Stein, Stein, Stein. Warte mal. So. Sekunde. Ziegel. Ich möchte nämlich gerne ein Häuschen aus Ziegel bauen. Blab. Was ist eigentlich? Silberziegel. Oh, nee. Hahaha. Nee, nee, die machen wir jetzt mal nicht hier. Das wäre es ja noch. Oh, guck mal, wie schön viele da oben sind. Stellen wir uns mal gerade ganz kurz hier hin. Warten wir mal gerade, bis sie da unten alle runtergesprungen sind. Dann gibt es erstmal richtig schön auf die Fresse. Ach, kommt. Springt doch alle mal runter. Ja, genau. Alle schön runterspringen. Auch noch da oben. Dann gibt es gleich erstmal richtig schön... Digga, warte in die Fresse! Okay. Hey, dankeschön. So, jetzt kommen wir hier oben hin. Halt uns wieder unfällig. Hehe, hehehe. So, ich kann es gehen. Zack. Voll geil. Sehr gut. So, ich geht das. So, ja. Da müssen wir jetzt leider dann dafür sorgen hier, dass erstmal der Boden hier mal eben wegkommt. Wenn wir noch einen richtigen Boden hier reinziehen. Aber ich hätte... Ich habe ja jetzt Granit gesammelt. Ich könnte mir eigentlich auch einen schönen Granitboden bauen, ne? Der wäre bestimmt cool aus. So einen schwarzen Boden. Der bestimmt jeil aus. Das Ganze. Bauen wir mal gerade bis hier hin. Gucken wir mal gerade, ob wir hier Granit finden. Wobei, ich baue mal gerade hier ganz kurz. Das schüttel ich nämlich auch schon seit längerem. Bauen wir mal gerade hier das kleine Erdloch mal zu. Muss ja nicht sein. So, zack, da auch noch. Gucken wir mal gerade. Ich habe doch Granit gesammelt, ne? Wie viel habe ich denn? 55 Granit. Kann ich daraus was Schöneres machen? Stimmt, oder? Überziegel. Smooth Granit. 57. Das dürfte für den Boden dürfte das reichen, oder? Mal ganz ehrlich. Gucken wir mal, wie sieht der Boden dann aus? Was ist ja cool aus, oder? Ein schwarzer Boden, Alter. Hat auch nicht jeder. Oder so, was ist ein schwarzer, so ein dunkelblauer Boden. Sieht aber cool aus, auf jeden Fall. Jetzt sind die alle hier gleich, ne? Oh, jetzt habe ich keine mehr. Ups. Schlecht. Ah! Ha, 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 ha. Müssen wir uns mal wieder welche kaufen. Wart mal. Gab noch zwei, zwei, drei Granaten kaufen. Wenn wir hier die ganzen Viecher wieder wegknallen können. Äh. Das ist echt eine gute Geldanlage, irgendwie ist, ne? So, um ehrlich zu sein. Ich mache mal auch selber echt wahnsinnig viel Schaden dadurch, ne? Durch den Scheiß. Müssen wir mal ehrlich sein. So, wir machen mal gerade hier unseren Plan weiter. Sollen die doch da draußen ihren Spaß haben. Ich habe mal gerade Spaß hier dran. Nehme ich hier gerade mal eben. Das Ding ausbaue. Mein, mein Häuschen. So. Nehme ich hier. Das sieht ziemlich geil irgendwie aus. Ohne Scheiß. Nehme ich hier. Das sieht ziemlich cool aus. Und damit jetzt da noch ein, äh, 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 Ziegel drumherum. Richtig cool, auf jeden Fall. So, kommt mal alle wieder hier hin. Ich muss mal gerade kurz hier wieder hin. Aber weißt du was? Das kann man auch mal gerade machen. Mich schuldig einfach. Oder ne, es bringt nichts. Wir müssen uns hier hinstellen. Mit ihr alle hierhin kommen. Kommt mal alle hier hin. Suck. 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 so geht das aus dem stop in vorn von der sky schade hat spaß gemacht ich habe richtig viel slime zeug gekriegt pink gel und so jede menge zu wieso sind jetzt alle da oben hingegangen sind die ne doof naja egal was soll's so ja dann bauen wir mal wieder unsere ganzen bänke hier auf einer nach der anderen so alles wieder da rein an geld so und dann hier wieder das dahin dann den dahin den daneben und dann hier oben den noch dahin und dann können wir sogar noch unsere zweite trophy auf ihn da habe ich jetzt mittlerweile 100 stück erledigt sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut okay dann ist jetzt wird gerade wieder dunkel scheiße natürlich jetzt nicht so geil aber jetzt eigentlich warte ich denn jetzt schon jetzt meine bin ich das da oben war das mal gerade hier hier weg und wie nervt mich dass das die dauerhaft da oben stehen bleiben also doof sind die typen so schick ach mann was das hier ist nicht los ich habe das hier nicht hingebaut die drecksau dahin 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 das ist denn wieso ist dieser will der mich verarschen brauchst du mal eine treppe richtig kollege ist doch doch bekloppt hier oh ne ne scheiße schnell bei uns schon auf die andere seite zu bauen hier damit hier nichts reinkommen kann mensch scheiß treppe das gibt es doch nicht jetzt so ach so die habe ich doch wieder gebaut natürlich einiges ach erklärt einiges okay ja gut das haben wir natürlich leider blutmonds natürlich jetzt scheiße das heißt wir haben jetzt echt ein dickes problem wir können es ja dann nicht mehr raus ich habe mein bett abgebaut ich pfeife den kopf äh okay jetzt habe ich meinen spawn point abgesetzt so aber wir könnten trotzdem nach draußen gehen eigentlich wäre ich ganz lustig wenn wir nach draußen gehen würden dafür müssen wir das hier mal gerade kurz zu bauen das ganze weil wir uns einfach mal gerade so machen wir mal gerade auf pass auf wir machen einfach machen das so macht einfach eine türe rein damit da nichts reinkommen kann haben wir sogar noch was wir da quasi rausgehen können möchte mir noch gab man noch ein paar ich habe kein geld männer scheiße hat man ein paar granaten mit dem mit granaten ist alles leuchte im leben das werden wir jetzt beweisen hallo hallo so sagen kann doch nicht sein was denn hier los so machen wir hier gerade alles weg machen jetzt zu und dann was wagen sich aufmachen als wäre es unklug ne komm ich denn da oben wieder jederzeit hin ja ne ich einfach so mache und dann kann ich ja hier wieder rein ja klappt okay pass auf dann war es eigentlich jetzt folgendermaßen so auf okay Achtung jetzt geht es los jetzt ist offen okay Achtung jetzt geht es los jetzt ist offen alter macht die damage okay das war jetzt knapp aber ich habe alle alle kalt gemacht fickt euch alle ihr drecksviecher sterbt alle ähm ähm und zwar gerade kurz heilen nämlich gerade tierisch am arsch guten tag heilen danke ich habe gerade gekriegt money money down summoners a flying pick bank to store your items ach cool das ding habe ich gekriegt ja geil aber geil junge cool dann kann ich jeder das ding kann ich jederzeit beschwören ein kleines was wir dann hallo cool war geil hallo richtig cool so das bleibt ihr wollt granaten haben könnt ihr haben ihr säcke sterbt ihr ratten auch guck mal hat das schon wieder gedroppt wie geil ist das denn du raddi oh noch ein paar mehr granaten holen warte mal gerade das läuft ja ganz gut mit den granaten höh wie kommst du hier rein willst du mich denn verarschen kommt der kollege der bitte hier rein ich möchte ihm sein ernst äh immer mit der ruhe immer mit der ruhe euch passiert hier nichts ich bin noch hier ich kann ja so schnell nichts passieren so oh wieder jede menge Viecher sehr gut er glistert da unten sogar das heißt der kollege hat sogar was so sauber mit dir mit dir da hinten da kommt das kleine auge da kann ich auch so eben mit der hand machen hier weil es keine keine explosion hier herauf beschwören stirb du raddi da sind so viele augen ne das ist der shit ist das hier oh oh alter die hat mich fast selber getötet ohne witz ah alter ich fasz schon wieder selber getötet er sie wie 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 ab wie die 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 Bis zum nächsten Mal.